Maria ist ein wahrer Champion. Sie hat diese Fähigkeit, durch die Bank bei allen Events Leistung abzurufen, egal ob WM, Weltcup oder Olympia. Das ist beeindruckend zu sehen. Die eine Sache, die ich immer wieder von überall höre, Maria, die ist eine richtige Kämpferin. Und ja, sie wird hier richtig kämpfen, genau wie die anderen. Und das wird mich pushen. Und ich hoffe, ich kann selbst auch Druck machen. Manchmal an Renntagen, speziell bei Olympia, ist es schwer für die besten Skifahrer zu gewinnen. Es ist einfacher für Athleten, denen die Menschen keine Chance geben. Es ist fast einfacher für die, denn es ändert sich ja nichts. Sie hatten nie eine Chance, aber wie aus dem Nichts bei Olympia sind sie bereit und sie waren es eigentlich immer. Aber die Leute, die auf einmal den Druck haben, die brechen vielleicht ein und verpassen ihre Chance, weil es einfach zu viel wird. Für mich ist das sehr interessant. Daraus kann ich viel lernen. Ganz egal, wie gut du bist, du kannst den Fuß nicht vom Gaspedal nehmen. Wir sind alle hier, um Ski zu fahren, um den Rest der Welt zu inspirieren mit unserem Sport. Und genau das will ich tun.